Nach Gesprächen mit Sportlern, Sportfunktionären, Trainern und bedankenswerter Unterstützung des Ratzeburger Ruderclubs entstanden diese Geschichten aus dem Leben eines Sportvereins. Sämtliche auftretenden Personen und Handlungen sind frei erfunden. Sie könnten sich überall dort ereignet haben, wo es genug Wasser zum Rudern gibt. In die Auslage gehen, ausrichten, Vomanturil, Entrobrecht, Borte! Wir kommen dabei. Wir kommen vorbei. Wir kommen vorbei! Stop! Untertitelung des ZDF, 2020